Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part hier von Life is Strange. Ja, wir stecken hier mitten in der Nähe des Tornados fest und müssen jetzt schauen, dass wir Warren so schnell bemühtfinden, weil wir das Foto brauchen. In der Hoffnung, dass wir dann zurückreisen können, um nochmal vieles zu ändern. Das Problem, was ich jetzt gerade sehe, was mir jetzt gerade einfällt, wenn wir jetzt zurückreisen und schaffen das, dann retten wir Chloe, vielleicht auch Nathan, auch Victoria, aber Kate und Rachel, das alles haben wir dann nicht gerettet. Das ist immer noch, die sind immer noch tot. Oh fuck, 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 das macht nett. Ich hab's gesehen. Wir müssen hier irgendwas ändern. Wir müssen hier irgendwas machen. Zurückspulen, 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 vorrennen, zurückspulen, vorrennen, zurückspulen, irgendwie so müssen wir das schaffen. Hier geht's nicht rein. Wir müssen irgendwie ins Diner rein, bevor das alles explodiert. Hier ist eine Hintertür. Oh wow. Auch noch unter Zeitdruck. Nichts, aber... Was soll ich dann machen? Das ist deiner. Ja, ich muss sogar zurückspulen, das Spiel gibt es mir vor. Oh, Sand. Ach Gott. Das ist eine einzige Schaufel, die Sand anrichten kann. Ich hätte aber an deiner Stelle noch ein bisschen mehr hingeschickt. Nicht nur das eine bisschen. Lieber kurz oder lang, kann ich das auch noch nicht losgehen. Das ist blockiert. Jetzt muss ich noch einen anderen Weg in den Diner finden. Oh, okay. Ja, wunderbar. Ich finde es einfach schön, wie interaktiv sie ist. Das ist ein bisschen dich ver Ich kann nicht schocken... Das ist nicht ein Test. Das ist nicht ein Test. Ein E6-Tornado-Warning wurde für Acadia Bay und die gesamte Städte. Das Öffentliche Broadcast System ist jetzt in effect. Max! Oh, Max! Oh, Jesus, ich bin so glücklich zu sehen, sweetie. Du bist okay? Ja. Was für euch? Die zwei Wälder sind jetzt gar nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es wird durch diesen Tornado machen. Oh, der Schmerz von Bären und all diese Leute da draußen. Okay. Okay, geh mal rein. Ich muss zurück zu diesem Mann auf dem Boden. Lauren hat alle die erste Hilfe genommen. Es ist nicht viel, Joyce. Aber es ist alles, wir haben. Du bist okay, Lauren? Ja, aber du kannst doch nicht davon ausgehen, dass dann jetzt ein Tornado noch auftaucht wird. Das wird so nach hinten losgehen. Oh, Frank. Ich weiß nicht, wie ich das sage. Also, ich will. Rachel ist tot. Nein, bitte. Bitte. Nein, nein, nicht Rachel. Du kannst nicht sein. Du bist sicher? Ich meine, wie du wissen? Wir benutzen die Namen, die du dir gegeben hast, um ein Farmhaus zu schrauben. Mein Profesor, Mark Jefferson, hat diesen Foto-Torture-Rum. Und wir wissen, dass er den Nathan Prescott benutzt, um zu schrauben und Fotografieren Blackwell-Studien. Prescott? Das war es ja. Sie wissen, wie ich weiß. Ich weiß. Ich muss niemals aufhalten werden. Ich habe das весь blöde Puck verstanden. Papadouf ihn heu ingezogen. Du hast gesehen. Du hast gesehen, du hast Rachel gesehen. Ja, ich wünsche mir nicht. Ich bin so, so sorry, Frank. Nathan wollte Jefferson impressieren, und er... er hat ihn. Wie? Wie hat er ihn verletzt? Er hat einen Drogen benutzt, und er hat eine Überdose. Eine Überdose? Derjenige, wie Nathan das gemacht hat, ist, wenn ich es zu ihm. Ich habe meine Liege. Nein. Was habe ich gemacht? Wo ist dieser Scheiße, Jefferson? Er wird in den Städten. Er wird nicht mehr schützt. Rachel. Oh Gott. Sie war eine gute Sache in meinem Leben, Max. Ich weiß, dass sie zu jung war. Ich erwarte, dass sie mich verlassen hat. Das ist nicht so, wie es passiert. Ich hätte sie nie verletzt. Ich hätte sie nie verletzt. Ich weiß. Sie hat sicherlich gebraucht, Frank. Rachel hat viele Menschen gebraucht. Especially Chloe. Aber, äh... Ich weiß, warum Rachel sie hat. Und Chloe war ein Mensch genug, um mich zu helfen, nach all dieser Scheiße, die wir durchgeführt haben. Chloe würde das empfehlen. Ich weiß. Sie wissen, der eine Tag, ich habe mein Vater kennengelernt. Der Kerl hat die Bibel und sagte, dass er, dass er seine Hausn zu entdecken ist. In anderen Worten, um die richtiges Sache zu machen. Und ich auch. Und vielleicht sind Sie die Hilfe in mir da, Max. Es ist ziemlich krass, wie man jetzt in der Not merkt, wie sich die Menschen verändern und wie man sieht und merkt, wer eigentlich wirklich schlecht ist und wer eigentlich gar kein so ein schlechter Mensch ist. Ich kann jetzt nicht sprechen, okay? Ich liebe dich, ich bin glücklich zu sehen, aber ich bin so glücklich zu sehen. Das ist okay. Das wichtigste ist, dass du sicher bist. Und ich weiß, dass du dich selbst beherrschst, nach Nathan. Du solltest das ein lange Zeit gemacht haben. Aber verdammt, Max, ich kann nicht glauben, dass du hier in der Mitte einer E6-Tornado führst. Nur für eine Fotografie? Ich meine, ich weiß, dass du nicht gekommen bist für mich. Warren, ich kam für alle von dir. Nur sag mir, du hast die Fotografie. Ich will nur... Jetzt schau mal und hör. Oh, ja. Du hast endlich gesagt, was du nie gemacht hast in der Parking-Lot? Ich wünsche, dass ich es hätte. Also, ich werde dir nicht sagen, dass du keine Explanation hast. Verrückt mir, okay? Okay. Ich immer so. Du solltest wahrscheinlich sagen, kurz. Ich glaube nicht, dass sie den Sturm verursacht hat. Oh, nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Maybe Chaos Theory. What happened with Jefferson? Did... Did he hurt you? He used Nathan to get drugs and money for him. Jefferson tied me up und Dosed me with some drunk und... ...took sick photos of me. Es war so horrible. Max. Ich bin so sorry, dass du all das musste. Du bist der Wichtigste Person, die ich noch nie gesehen habe. Ich will... Ich will das B*********. Wo ist er? Bustet. Historie. Das muss ich schnell verändern, um es wieder zu machen. Ist das schlecht? Für jede Reaktion gibt es eine Reaktion. Wenn du die Reaktion oder die Zeit veränderst, hast du vielleicht eine Reaktion. Auch in der Umwelt. Schießen lassen und uns einfach so denken. Jo. Muss ja sein. Du bist meine Freundin, Warren. Du glaubst mir, oder? Ich habe noch jemanden gesagt, außer Chloe. Und sie kann mir jetzt nicht helfen. Ich weiß, dass ich ein Schmerz in die Hände sein kann. Und du hast mich immer als eine Person behandelt. Nicht ein Beta-Nerd. Ich habe dir vorhin gesagt, dass ich immer glaubst dir. Das ist die andere Vermutung. Ich will irgendetwas spezielles verändern müssen. Ich will irgendetwas spezielles verändern müssen. Ich will irgendetwas spezielles verändern müssen. Vielleicht müssen wir einfach nur so weit zurück, dass wir Rachel beschützen können. Ich weiß es nicht. Es ist alles so crazy. Nein, wir müssen das jetzt machen. Sonst werden wir es nie herausfinden. Widerspruch. Fähig. Widerspruch. Er wünscht sich's. Sie wünscht sich's. Warum sollte man nicht, dass sie ihnen statt eine Ols für. Wenn wir uns nicht davon auskommen, wollte ich sagen. Ich weiß, Warren. Natürlich, du Aber. Eben. Aber manchmal muss man sich's eingestellt. Zwei Liebende, die sich's nie gegenseitig eingestanden haben. Schön, dass sie's von selbst realisiert haben. Weiß zwar noch nicht wirklich wie, aber... Wir werden ihn schon herausfinden. Der Lehrer ist da. Nur Nathan war nicht da. Aber Chloe ist da. Und Chloe weiß das alles. Oh Gott, was ist mit dir? Ich bin einfach glücklich, dass wir hier zusammen sind. Ich glaube, dass du zu sprechen musst. Keine Worte. Es ist alles gut. Ich bin glücklich, dass du mit mir auch bist. Was ist passiert, Max? Wir müssen Nathan finden jetzt. Sorry, Warren. Ich bin mit Rachel. Wir gehen. Jetzt. Chloe, warte, hör. Ich kann gehen und hör, okay? Stopp und hör auf einmal. Okay, Max. Ich hör. Chloe, du kannst nicht in diese Party. Du kannst... Du kannst du sterben, wenn du das machst. Du benutztest. Du benutztest. Du benutztest. Du bist mit Zeit und ich sterben. Nicht so. Du solltest mich aufzuhren. Du solltest mich aufzuhren. Also, keine Ahnung, dieser Punk-ass-Bisch Nathan Prescott wird mich aufzuhren. Du bist richtig. Er wird nicht. Was? Mark Jefferson hat dich zu töten. Und andere. Jefferson? The Art Teacher? Das ist Buhl-Shit! Nathan ist der fucking Serial-Killer! Wir sahen die Probe! Jetzt, entschuldige mich. Ich gehe zu dieser Party um zu erinnern, dass er niemals jemanden wiederhörst. Du kommst? Nathan ist tot. Und du bist in Gefahr. Der Mann ist tot. Der Mann ist tot. Wie wissen Sie das? Weil ich da war. Bitte erzähl mir genau was passiert. Bitte. Wir machen jetzt das, was sie am wenigsten wütend macht. Okay. Oder auch nicht. Was heißt? Wir müssen sie... Wir machen nochmal das Nathan ist tot. Und wählen jetzt das, was Jefferson mir getan hat. Chloe... ... 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